Scharfe Kritik nach Bauernprotest gegen Habeck. Am Donnerstagabend war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach Medienberichten im schleswig-holsteinischen Schlützziel von Bauern beim Verlassen einer Fähre gehindert worden. Auch hätten einige der Demonstrierenden versucht, die Fähre am Ablegen zu hindern. Die Polizei reagierte unter anderem mit dem Einsatz von Pfefferspray. Parteiübergreifend gibt es scharfe Kritik an der Protestaktion. Laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit sei die Blockade beschämen und Verstoße gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders. Bundesaußenministerin Baerbock sieht eine demokratische Grenze überschritten. Auch der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, erklärt, die Regeln des Anstands derart zu verletzen, schade dem eigenen Ziel. Hintergrund der Aktion sind die geplanten Reduzierungen der Subventionen für die Agrarwirtschaft. Mit einem am Donnerstag erklärten Kompromiss der Regierung zeigt sich der Bauernverband weiter unzufrieden.